Der Weihnachtsmann bereitet seinen Adventskranz vor und baut die Kerzen auf. Stülpt man ein Glas über eine brennende Kerze, erstickt diese quasi an Sauerstoffmangel und geht aus. Nun hat er aber drei unterschiedlich lange Kerzen. Zündet man alle drei an und stülpt ein Glas drüber, was passiert dann wohl? A Die größte Kerze geht zuerst aus. B Die kleinste Kerze geht zuerst aus. C Die mittlere Kerze geht zuerst aus. D Alle drei Kerzen gehen gleichzeitig aus. Bis zum nächsten Mal. Tja! Bis zum nächsten Mal. Jetschen.